Ja, keine Ahnung, wie ich das hier jetzt irgendwie aufnehmen soll. Ich denke, hier wird es kein Intro geben oder auch, ja, ich werde, glaube ich, nicht cutten. Das wird hier einfach so durchlaufen. Da müsst ihr einfach mal meine Pausen und so in Kauf nehmen. Die werden jetzt hier nicht rausgeschnitten, wenn ich auch mal hier zwischendurch atme oder ähm oder so sage. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Gerade steht es aktuell nicht gut um unsere Fortuna. Wie soll ich es anders sagen? Wir haben, wenn jetzt Tanaka geht, wirklich unsere, ja, mit drei besten Spieler verloren, die eigentlich so letzte Saison unser Spiel ausgemacht haben. Du hattest mit Christos Zollis, einen Stürmer, der dir, ja, einfach diese 20 Tore geschossen hat. Du hattest einen Engelhard, der einfach die Mitte komplett aufgeräumt hat und vor allen Dingen das Spiel nach vorne sehr gut getragen hat. Und du hattest einen Tanaka, der meiner Meinung nach einfach ein richtig guter Spieler ist für so einen Ballbesitzfußball, den auch Thun natürlich spielen will. Und das ist halt sehr, sehr krass. Genau diese drei Spieler verlassen dich jetzt im Sommer. Und ja, auf der Agenda steht aktuell nicht wirklich irgendwie ein namhafter Spieler, wo man sagen kann, jo, das ist der Spieler, der uns jetzt gerade im Moment irgendwie weiterhilft. Ja, ihr wisst es, ich kann es vielleicht hier einmal kurz einblenden. Ich habe das Video aufgenommen, warum keine Transfers. Wer sich das Video angeguckt hat, der Titel war natürlich ein bisschen Clickbait. Ich verstehe die Fortuna, dass man lange wartet, guckt, was der Transfermarkt hergibt und so weiter. Aber ich verstehe nicht, wie man jetzt wirklich einen Tag vor dem Ende der Transferphase sozusagen hier sitzen kann. Und ja, der einzige namenhafte Neuzugang ist ein Rückkehrer, der irgendwie einfach bei Werder Bremen nicht gezündet hat. Ansonsten finde ich, ja, sind die anderen einfach keine namhaften Spieler. Das sind Spieler, die haben es teilweise einfach noch nicht bewiesen. Klar, Johannesson kann man natürlich nennen. Aber ja, so einen großen Impact hat Johannesson jetzt auch nicht auf unser Spiel. So, aber ja, wenn man einfach mal guckt, ein Pichinovic geliehen und hat wirklich nur in der U19 bisher so richtig performt. Und kam bei Wolfsburg ja in der ersten gar nicht zum Einsatz. Dann hast du einen Noah Mbamba geliehen. Ich meine, der hat bestimmt Anlagen, die auch wirklich vernünftig sind. Aber so richtig diese Spielpraxis und wie gesagt, auch diese Erfahrung hat er nicht so wirklich. Er war mal bei Klub Brügge, wo er mal ganz gut war. Bei Leverkusen hat er auch mal ein paar Einsätze. Aber so richtig diese Sofortlösung ist das eigentlich auch nicht. Also meiner Meinung nach fehlen einfach drei richtig wichtige Transfers noch. Das wäre für mich ein gestandener Flügelprofi. Also einer, der wirklich Startelfpotenzial hat, der dir sofort weiterhilft. Und das wäre auch kein Benito Ramandas. Das ist für mich die komplett falsche Lösung wäre das gewesen. Ich hoffe, der kommt nicht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht irgendwie so die Notlösung. Weil menschlich ist das einfach ein, muss man so sagen, pipipim, ihr wisst Bescheid. Und ja, spielerisch brauchen wir nicht drüber reden. Hat in den letzten Jahren gar nichts gerissen. War nur bei uns gut und danach überall gefloppt. Deswegen, ich will den gar nicht wiederhaben. Bei Kownazki war das was ganz anderes. Da weiß man, was man bekommt. Aber bei Ramandas ist eine Wundertüte. Und selbst wenn der Ablöse frei ist. Also ich als Fan, ich will den auf jeden Fall nicht zurückhaben. So, ich will da jemand anderen haben, der gestanden ist. Wo man weiß, der hat schon mal in einer anderen Liga irgendwie letzte Saison 10 Tore vorbereitet. Oder keine Ahnung was. Und das Geld müsste eigentlich da sein, um genau so einen Spieler zu holen. Ja, und dann haben wir einfach mit Danny Schmidt und Tim Rossmann auch zwei eher unerfahrene Spieler geholt. Beziehungsweise Tim Rossmann war schon in diesem Profikader. Hat es einfach verletzungsbedingt nicht geschafft. Und wir sehen ja aktuell, es ist auf jeden Fall ein guter Transfer gewesen, so für die Fortuna. Und bei Danny Schmidt ist es so, dass er aus der zweiten von Mainz 05 gekommen ist. Und ich sogar sage, dass er, also ich finde Rossmann und Schmidt sind so aktuell unsere, ja, wenn man das so sagen kann, zwei besten Spiele, die wir sozusagen verpflichtet haben. Weil beide sind eigentlich so, von denen hat man irgendwie nichts erwartet. Und irgendwie sind sie trotzdem richtig gut. So, und ja, wie gesagt, es gibt einfach noch nicht diese Transfers, wo man irgendwas erwarten kann. Ich erwarte jetzt nicht von Mbamba, dass er richtig krass ist oder von dem Picinovic oder so. Also, das sind nicht die Transfers, die ich mir gedacht habe, dass das so die Heilbringer werden für uns. So, wenn ein Tanaka geht, da muss ein ähnlicher, ich weiß, dass man so welche Spieler nicht immer eins zu eins ersetzen kann. Aber da muss ein ähnlicher Typ geholt werden für den Kader. Wenn ein Zolles geht, da muss ein ähnlicher Typ wieder auf Zolles sozusagen folgen. Und das ist eigentlich in den letzten Jahren immer passiert. Ein Khaled Narei, der gut war, Erik Tommi, jetzt auch Zolles und so. So, dann müssen danach halt immer wieder gute Spieler folgen sozusagen. Aber, ja, irgendwie ist das dieses Jahr komplett irgendwie, ja, fehl am Platz. Vielleicht sitze ich morgen Abend nach dem Stadionbesuch sitze ich hier und Fortuna hat drei neue Spieler verpflichtet. Aber, also, am letzten Deadline-Day, dass sie da noch irgendwas holen und vor allen Dingen drei so welche Kracher, das glaube ich eher weniger. Ich glaube, vielleicht wird morgen oder heute vielleicht noch im Laufe des Tages ein oder zwei neue Spieler präsentiert. Und das sind, ich werde es so wie, also ich glaube nicht, dass das uns, dass das Spieler sind, die sofort helfen werden. Und ich glaube, das sind Notlösungen. Ich kann mir sogar sehr vorstellen, dass Fortuna jetzt an diesen scheiß Benito-Raman, ich muss es leider so sagen, irgendwie dran festhält und den jetzt unbedingt holt. Und sozusagen die Fans damit besänftigen will, so, oh, wir holen einen, der mal bei uns gut war und so. Also, wenn der kommt wirklich, dann weiß ich nicht, dann war das auf jeden Fall diesen Sommer ganz, ganz schlecht von Weber und von Alofs. Ja, und ganz kurz will ich einfach noch erwähnen, wir haben, natürlich haben wir noch die Möglichkeit, sozusagen, Spieler nach diesem Deadline-Day zu holen. Das geht aber nur bei Spielern, die ablösefrei sind, beziehungsweise die keinen Verein haben. Also, bei denen der Vertrag am 30.07. ausgelaufen ist, bei ihren Vereinen, seitdem vereinslos sind. Die sind dann sozusagen auf dem freien Markt, weiß nicht, wie man das sagen soll. Aber die kann man theoretisch noch nach dem Deadline-Day verpflichten, aber weiß ich nicht. Also, wenn die bis jetzt auch immer noch keinen Verein gefunden haben, dann ist es halt auch immer so ein bisschen schwer, sind das so die Spieler, die irgendwie jeder haben will. Ich glaube eher weniger, weil sonst hätten sie ja irgendwie einen Verein und jemand wollte sie haben, so, ne. Also, deswegen ganz, ganz schwer, Leute. Ganz, ganz schwer. Schwierige Zeiten, sage ich so, wie es ist. Und wenn das wirklich jetzt darauf hinausläuft, dass wir wirklich nur ein, zwei Transfers machen und die wirklich keine direkte Hilfe sind oder einfach irgendwelche Not-Transfers sind, wie jetzt so ein Benito-Ramann, dann sehe ich tatsächlich echt schwarz für die kommende Saison, weil spielerisch war es bisher absolut nicht gut. Punkteausbeute brauchen wir nicht drüber sprechen, ist sehr gut, aber spielerisch darfst du dich nicht beschweren, wenn du auch am Ende des Tages vielleicht nur einen Punkt hier hast in der zweiten Liga. Und, ja, deswegen, ich sage euch ehrlich, keine Ahnung, mir geht das so ein bisschen gerade auf den Sack und das ist halt so irgendwie meine Meinung gerade aktuell und, ja, keine Ahnung, es fackt mich irgendwie ein bisschen ab und zieht doch so meine Laune runter tatsächlich. Würde mich auf jeden Fall trotzdem interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns ein bisschen kommentieren und ein bisschen über das Thema schnacksen. Ich bin auf jeden Fall jetzt auch in der Kommentarsektion am Start, schreibt gerne rein und, ja, dann auf jeden Fall trotzdem danke fürs Einschalten und für den Support und, ja, ich hoffe, alles wird gut und wir, ja, können trotzdem irgendwie vielleicht ein, zwei gute Transfers machen. Ich weiß nicht, weiß nicht, wo das herkommen soll, aber vielleicht wird das ja was. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.